ja ja schreibt ruhig bloß rum und ich brauch mal hier eh nicht wir sind drin und er schläft und und ein schatz nein wink schatz na kommt redig um dreh dich um tja hauptschlag oder durchgeschossen ist auch in ordnung so na dann hoffen wir uns das mal alles bekommen war kut kut schuppe und kut kugelwebe komm schon ein panzer gib mir ein panzer panzer ach verdammt ich wollte ihn fangen warte also ich fange noch schnell warte ganz ruhig dass er ja nicht auf wach und jetzt fangen sieben und jetzt schlur wollen verdammt rübergeworfen schlauwein so jetzt schläft doch sie haben gefangen so einfach geht das naja der ist nicht tot der schläft haben wir gerade bewiesen ach ja schön so tony freut sich wir jetzt auch leicht verspätet aber was soll's hunter müssen nicht immer aktuell sein hauptsache sie machen es ja wunderschöner schuss kut kuh und ein panzer schuppe halt so viele flammenbeutel wir auch bekommen und kreischer und ein abendrotkraut auch sehr schön und 2000 z und ein bisschen mehr hoffentlich reicht jetzt auch das geld das wäre ein desaster wenn nicht aber es wird bestimmt nicht reichen also ja es ist ja immer so irgendwas stimmt immer nicht naja es war von black eyepiece namen habe ich jetzt vergessen von dem lied aber egal ähm rüstung fertigen hüfte habe ich noch nicht ja ich will es trotzdem machen ich will es trotzdem machen so und geld und mehr nicht okay ich weiß nicht was ich so habe ist ja eigentlich schön verkaufe ich was oder mache ich eine quest äh was machen eigentlich die jäger die machen high five nein ähm ziffertrop ja warum nicht ich wette mitten in der quest werden mir tausend gründe einfallen ähm ausrüstung ändern äh labba von mir aus oder ja von mir aus ja jetzt können wir gleich die an kutku rüstung anlegen so weit wie wir sie schon haben nein kutku helm armschienen panzer und äh äh was weiß ich und dazu noch beine hafumofenstiefel das ist das passt überhaupt nicht na egal noch essen ja frühstück mittag und abendbrot und toni ist eine stufe gestiegen stufe 4 äh äh rippenbraten bisschen machen bisschen lauter und lammfleisch fleisch auf fleischheit und und aktiviert sich nichts aber also von katzen aktiviert sich nichts und wir kriegen die fähigkeit ähm ähm wir kriegen schmeckt wild und gesundheit erhöht ja die gesundheit das erhöht ja so ähm bockgefahren nein halt ich brauche geld 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 muss ich mir irgendwas kaufen halt erstmal gucken was ich mitnehmen kann das wäre eindeutig vorteilhaft herr 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 ja was ne witzsteine hatten wir die ganze Zeit mit fahrball schallbomben wären wieder einmal von vorteil jetzt laufe ich wieder eine stunde rum um farbbälle zu finden äh farbbälle schallbomben meine fresse was ist denn jetzt los also gleich da haben wir schießpulver brauchen wir oder gleich schallbomben dann gucken wir mal zur Omi wir brauchen richtig viele schallbomben diesmal richtig gesagt schallbomben und wir haben kein schießpulver können wir das irgendwie kombinieren hier irgendwie ein feuerkraut oder so ich habe keine ahnung deswegen gucke ich erst mal was wir verbessern können also momentan gar nicht äh oder was wir gleich fertigen können ach wir können was neues fertigen aber nichts von gewehrganzen vielleicht hier bogen hey wir haben einen schallbogen strombeutel ja und kuckusachen eiskristalle na schön war natürlich auch nicht schlecht aber nicht jetzt nicht jetzt habe ich das ist gut kaltgetränke wären schön natürlich habe ich kein Geld mehr äh es muss 250 na später äh ja badabadu äh wird reichen und wenn nicht dann haben wir Pech gehabt so einfach ist das bin zum mangeln nein der Landteil hast du noch irgendwas für mich? irgendwas? was? was ich brauchen könnte? äh oder sonst so sonst so ich nehme Psychoserum auf geht's in den Kampf nobody's perfect von Chessy J für die Ladeszene vorbei das war jetzt ein bisschen leise ne so ähm Schallbomben aber Schockfalle so der hat Nehmungsschwäche nein weil meistens kann man äh zumindest in Third kann man oder in Try da weiß ich es genau in Try kann man sehr gut an den Kugeln ablesen sozusagen was für Schwächen die haben also je nachdem was für Kugeln du da bekommst wenn du zum Beispiel Eisschuss bekommst dann weißt du sofort aha das Mord hat Eisschwäche also falls was man nicht wissen sollte ich glaube der ist in der 5 aber ich habe Psychosäure mit das heißt ich brauche nicht zu glauben ich kann wissen in der 5 Mann bin ich gut kann ich mich ruhig mal selber loben ich bin so unglaublich gut da passt das nicht hinten dran nicht immer richtig yeah äh Essen ist hier echt von Westpoint nein gut so und äh erstmal Scheibomben rausnehmen ah Sepertrome ja da ist er der hat eine leicht andere Farbe und ist ein Stückchen größer und kommt gleich mal in unsere Ecke ach ja und wie alle äh Piskis immun gegen äh Blitzbomben ach mein Finger knackt da steht er und 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 geforbt ich habe auf meinen PSP gespuckt ich Idiot so Scheibombe komm raus yeah Volltreffer komm schon triff 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 bäh erwischt no way you haven't got a chance na danke Tony ist meine wunderbare Glanzparade ruiniert ach ja und hier dieser Nebel sag ich mal heißt dass man fast im nächsten Gebiet ist weil man das nur Wüste sonst nicht so gut erkennt nein volltreffer volltreffer lachen alle mit jeder Schuss ein Treffer jeder Schuss geht rein und das ist gut na wunderbar boom warum hast du über den Kill zu ne das hat auch super funktioniert mit mehr die 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 Vielen Dank.